Ab nächster Woche darf man dann aus euch beide grantig sein. Schönen guten Morgen, Barbara. Vielleicht noch Verena Schneider. Schönen guten Morgen. Verena. Die Verena. Die Verena. Verena, bitte. Es ist großartig. Den Tanzenden, ja, Moment. Hey. Und ich halte es für eine Lüge. Last Christmas kann man gar nicht oft genug hören. Als Betroffene ist Verena Schneider beim aktuellen Gipfel der Bundesregierung gegen Hass im Netz dabei. Auf Einladung des Kanzlers höchstpersönlich. Es geht, wie gesagt, nicht nur um mich und Personen im öffentlichen Leben, sondern im Grunde genommen um jeden. Von Wüstenbeschimpfungen über ihr Aussehen und Gewicht berichtet Wettermoderatorin Verena Schneider. Mein Name ist Verena Schneider. Ich bin 39 Jahre alt und hatte lange Zeit eine Essstörung. Natürlich auch Hasspostings, die das Ganze verstärkt haben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nase ist schon rot, man sieht's. Es ist kalt. Minus 10,4 Grad. Wenn ich mich hier umschlüsse, sind unzählige Esel. Ja, fast wärmer. Das wärmer als ein Donau. Ich habe zugeschaut, wie ein Backrohr fertig geworden ist. Und ich finde, jetzt habe ich mir ganz eindeutig eine kleine Pause mit einem Keks verdient. Machen Sie es gut. Haben Sie ein schönes Wochenende und genießen Sie es. Machen Sie es gut.